vom k hautsch so hauste das ist spannend denke ich mal einfach es geht erst mal diese Welt erkunden bevor ich irgendwas weiter und ja diesmal Welt und nicht also bei 1.2 kommt ja auch Dschungel also auch bei YouTube nicht und da ist ein FPS ach so deswegen Flapps da hat er hat irgendwas gespeichert also versprecher das immer so in drei bis vier Minuten Parts so zu sagen und ja hat der Rat erscheint gespeichert das ging auf einmal der Ordner auf ich weiß auch nicht wieso toll und es wird dunkel scheiße quasi ich glaube zurück jetzt kommt so mit Apfel geht alles viel schneller als mit einem fetten Schwert so ja worüber kann ich reden also heute heute gestern um 16 Uhr und jetzt gerade ist auch 6 zu 30 haben sämtliche YouTuber ein Info-Video über Akte hochgeladen da soll ich gesehen hat muss mal bei 1 1 2 1 2 1 5 2 2 3 4 5 um und sie wird noch also bei vielen bei den leuten vorbeischauen aber ich glaube es hat schon wieder gesehen und es ist es leckt und das Creeper EO Wo war mein Haus jetzt? Titan sees I can see you T T T T Also bei den Leuten mal vorbeischauen und äh Ich bin auch gegen Abda, ja? Ich werde aber keinen Film machen, weil ich sowieso eigentlich nichts machen kann, weil ich nicht so viele Abonnenten habe wie die großen Leute wie ein Blali und alles Einen Moment Okay, zurück zum Thema Akta Es ist eine Was weiß ich, das ist eine Firma Ich glaube, das ist eine Firma Ja, ich denke, das ist eine Firma Die jetzt gegen Daten Ausgabe im Internet ist und gegen auch gegen Let's Plays, weil dann die Was weiß ich Uweberlechte gestellt werden, aber ich weiß es auch alles gar nicht Auf jeden Fall wenn Akta das durchgreift und wir also nichts dagegen tun Wobei auch am 11.2. Warte, 11.2. heute kommt Ah, tolles Video hier kommt vielleicht am 11.2. oder 12.2. 11.2. Es sind auch viele Proteste in Deutschland gegen Akta Ich Ich mach da auch mit Ja? Ihr könnt mich sehen in Kassel so Oben Wo ist das denn nochmal? Weiß ich gar nicht Ähm Auf jeden Fall Was haben wir irgendwie fehl? Ah, nee, gar nicht Auf jeden Fall will ich aber was dagegen tun, weil wenn dir das durchgreift, dann ist vorbei mit den Let's Plays Und Ist dann in der ganzen Welt Also Hauptsächlich in EU Doppelwirte Asien Und Amerika Afrika, sowieso kein Internet, also Ja Und Das ist dann vorbei mit den Let's Plays Das kann nicht mehr Die werden in Dreck gesperrt oder Dürfen nicht mal aufgeladen werden Und deshalb tut was dagegen Leute Ich will weiter in Let's Plays machen und angucken und Ja So riecht da jetzt runter He Irgendwie ist mir grad lang Weil Ja Ich hab Okay Ich hab Glück aus Erstmal Dann werde ich jetzt aber nicht oben am Haus Weil Doch werde ich Cleaning Cleaning Und Cleaning String Bauen Das bräuch ich nicht 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 Das bräuch ich auch nicht nach holz und Klinik Nia so kann man das machen das weg 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 so tschüss tschüss nie brauche ich das brauche ich auch da war ab nach oben Leute also seid gegen Akte macht bei den Protesten mit am besten ach ja und auch wenn Deutschland selber sagt nee ich will das nicht dass das verboten wird EU kann trotzdem zu denen sagen ja nix du musst mitmachen so nix hier ich will das nicht du musst das machen du musst das tun wir zwingen dich und das ist scheiße Leute das ist echt bitter oh was ist das denn jetzt hier so so ich weiß ich fällt grad übel ich hab's aber auch auch in so anderen games ich fehle richtig tisch K 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 das gute ist ja weil jetzt die ganzen Außenwände abmachen wegmachen K und das gute ist ja K 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 als normales so sich nicht nach oben bauen Schulz Krupp 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 also Leute örtlich schützt Krupp ich kann es ja schon verstehen dass jetzt nicht so viele Daten freigeben soll aber wie zu besuchen die Gäste die Gäste Facebook schließen oder auch ja wir sollten letztlich verboten werden was hat es was hat das damit zu tun wenn ihr es wisst könnt ihr mir bitte schreiben in den Kommentaren ich verstehe es echt nicht wie so Let's Places mal zum anderen Thema, ihr kennt doch bestimmt alle Covers so auf Youtube von Musik selber nachgesungen aber da noch oder auch Parodie wie bei White Titty wieso dürfen die eigentlich die Melodie benutzen die Gamer sperrt das originallied auch wenn es sogar vom richtigen Cent nach hochgeladen wird wieso darf so wie Leute wie die Außenwelt oder White Titty die Melodie benutzen und es wird nicht gesperrt das ist doch auch ein Teil vom Lied ja auch wenn die die eigene Texte machen das ist doch das steht ich verstehe das nicht ich verstehe das nicht ich brauche nur noch mehr extra wird nicht reichen glaub ich nicht Prozent 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 aber sie wurde die Rechten auch aus Holz machen nicht aus ich mache Wende aus Gliedern und Boden aus Holz Prozent 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 die Zierweiter Prozent Prozent ein anderes Thema Prozent 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 Sogeleute schluss das sieht nicht aus was kann und und schützt um und um Prozent und man hat schon weh vom ganzen Sitzen heute doch nicht das wird nicht reichen das wird nicht reichen oh Gott das braucht noch viel mehr Kohle ja noch hab ich ja genug Klinis hat überhaupt das ganz reicht das frage ich mich das holz dürfte erst mal reichen wenn ich jetzt schon genug Holz hab, dann mach ich jetzt auch mal das was ich schon lange machen wollte so zack 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 brauch ich noch zwei so und so so und so so und so verbusten eh was trinken um denn jetzt war ein das ist und das war nicht das brauche ich ich bin schnell die Tür Stix 1 2